Woran erkenne ich, dass ich mit dem richtigen Ansprechpartner spreche? Das kommt ja oft vor. Wir haben einen Ansprechpartner, der hat sich vielleicht bei uns gemeldet, der hat eine Anfrage gestellt und wir wollen sicherstellen, dass wir auch mit jemandem reden, der Entscheider ist oder der später entscheiden kann. Und es gibt eine ganz einfache Frage, um herauszufinden, ob man mit dem für uns relevanten Ansprechpartner spricht, ob wir mit dem Entscheider sprechen. Und wie das ganz genau geht, das erkläre ich dir gleich. Woran erkenne ich, dass ich mit dem richtigen Ansprechpartner spreche? Tja, das ist eine ganz wichtige Frage und vielleicht sollten wir uns mal überlegen, wie werden denn Entscheidungen getroffen? Und Entscheidungen werden ja in der Regel vom Entscheider getroffen und deswegen ist es so sinnvoll, dass wir uns genau die Perspektive von diesem Entscheider holen, damit wir nachher die richtigen Angebote machen können. Also es geht darum, dass wir den Ansprechpartner nicht so ernst nehmen, sondern uns überlegen, wer trifft denn hier die Entscheidungen? Und manche Menschen haben Angst davor, die verschiedenen Beteiligten in einem Beschaffungsprozess zu verärgern, wenn sie sich direkt zum Entscheider durchhangeln. Aber ist diese Angst wirklich gerechtfertigt? Wir versuchen es mal hier uns anzuschauen. Also stellen wir uns vor, wir haben einerseits Entscheider oder den Entscheider und haben andererseits andere Menschen, Empfehler, Beeinflusser, die da so in diesem Projekt rumwuseln. Und diese Menschen sind uns gegenüber entweder positiv oder negativ gestimmt. Und dadurch entstehen im Prinzip vier Fälle, also vier Möglichkeiten. Schauen wir uns mal den einfachsten Fall an. Entscheider ist für uns, die anderen sind für uns. Das klingt nach einem guten, schönen Auftrag. Und natürlich am anderen Ende, die andere Ecke, beide sind gegen uns. Naja, dann wird es nichts. Das ist glaube ich auch klar. Das war einfach. Aber schauen wir uns mal die schwierigen Sachen an. Was passiert hier? Der Empfehler und die Beeinflusser sind für uns und die begleiten uns durch einen langen Prozess und wir machen noch ein Angebot und noch eine Präsentation. Und da kommen wir in die Shortlist und alle sagen, Mensch, super, ihr seid echt toll, ihr seid wirklich super. Und Freitag in einer Woche ist diese berühmte Sitzung mit der Geschäftsleitung. Und da wird dann der Auftrag besprochen und entschieden. Und am Montag kommt dann der Auftrag. Und es kommt kein Auftrag. Warum nicht? Weil der Entscheider nicht dafür war. Er war dagegen und deswegen kein Auftrag. Obwohl uns suggeriert wurde, ihr seid der beste Anbieter, gibt es keine Kaufentscheidung. Warum? Weil der Entscheider eben andere Dinge sieht. Weil er sich vielleicht schon für jemand anders entschieden hatte oder weil er vielleicht ganz andere Voraussetzungen und Entscheidungsgrundlagen hat, als die Empfehler und Beeinflusser denken. So, und dann gibt es noch diesen Fall. Vor dem viele Verkäufer Angst haben. Nämlich, dass man die Empfehler und Beeinflusser verärgert und direkt zum Entscheider durchdringt. Aber wenn wir dort verstehen, was der wirklich will und genau das liefern, naja, dann wird er sich wahrscheinlich dennoch für uns entscheiden. Und Empfehler und Beeinflusser werden wahrscheinlich hinterherrücken und sagen, okay, wenn das so entschieden ist, na gut, dann machen wir es halt. Es wird vielleicht nicht das einfachste Projekt, aber auf jeden Fall erstmal Umsatzentscheidung. Also, das heißt, wenn wir das so anschauen, dann sehen wir, wenn wir von hier reingucken, also wenn wir nur die Perspektive von Empfehler und Beeinflusser haben, dann ist egal, ob die uns gut finden, denn beides kann passieren, oder ob sie uns nicht gut finden, denn beides kann passieren. Nur wenn wir diese Perspektive einnehmen, also wenn wir tatsächlich mit dem Entscheider reden und rausfinden, hey, denkt der auch so wie wir und findet der das gut, was wir tun, oder sieht das völlig anders und sieht es negativ, dann können wir aus dieser Perspektive heraus sofort entscheiden, was Sache ist. Aber viele sagen natürlich jetzt ja, hey, die heißen noch Empfehler und Beeinflusser, weil sie ja den Entscheider natürlich beeinflussen. Aber stimmt das? Wir wissen es nicht. Wir wissen es erst, wenn wir mit ihm gesprochen haben und wenn wir wissen, was seine Perspektive auf die Jungs und Mädels da unten ist. Also sind die aus seiner Sicht hochkompetent oder sind die vielleicht ein Teil des Problems? Also wir brauchen die Perspektive des Entscheiders, um wirklich professionell Vertrieb machen zu können. Entscheiden ist nur der Entscheider, weil der entscheidet. Dieser simple Spruch, den kann man sich wirklich als Verkäufer auf den Unterarm tätowieren lassen. Wenn wir nicht wissen, was der Entscheider will, dann hat es nichts mit Vertrieb zu tun. Und wenn wir also jemandem gegenüber sitzen, bei dem, wenn wir nicht wissen, ob er oder sie entscheidend ist, dann können wir mit dieser einfachen Frage, wer ist in ihrem Hause in diesem Fall oder wie ist in ihrem Hause in diesem Fall der Ablauf der Entscheidungsfindung, dann können wir mit diesem Schlüssel, mit diesem Generalschlüssel auf jeden Fall herausfinden, ob wir es mit der richtigen Person zu tun haben. Das ist meine Antwort auf die Frage, wie man herausfindet, ob man es mit dem Entscheider beziehungsweise dem richtigen Ansprechpartner zu tun hat. Aber das ist ja nur eine Antwort auf nur eine Frage und es gibt ganz viele Fragen und die meisten davon findet man auf stefanheinisch.com. Und da hat man auch die Möglichkeit, eine weitere hochrelevante Frage, die vielleicht gerade Ihnen durch den Kopf geht, mal einzutragen. Und wir kümmern uns dann darum und sorgen dafür, dass in einer der nächsten Ausgaben genau Ihre Frage beantwortet wird. Wir hören uns wieder und bis dahin, gute Geschäfte.